Hey Leute, was geht? HelloTrixx ist hier und so und jetzt nimmt erstmal euren Penis in die Hand, weil dann ist alles in Ordnung. Ja, ihr denkt jetzt hier bestimmt, MVFucking3, was ist Stahlos, 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 Stahlos? Ja, ihr wisst ja, ich hab mein MV3 verschenkt an Abonnenten. Ich warte immer noch sehnsüchtig darauf, dass er das Spiel irgendwann anzündet oder im Wald vergräbt. Weil ich hab ja gesagt, wenn er das alles filmt, dann lade ich das gerne bei mir hoch, meine Freunde. Da bin ich noch gespannt, ob da irgendwann mal was kommt. Ihr müsstet mal sehen, wie ich grad das hier Commentary und so aufnehme. Ich mach euch mal ein Screenshot, beziehungsweise ein Bild, wie das hier aussieht. Ich spiel hier mit meinem normalen 5.1 Headset an der Xbox und neben mir ist so mein Commentary Headset. Ich hab hier so eine Wasserflasche neben mir am Sofa lehnen und die Flasche hat mehr oder weniger das Headset auf, dass es so wenigstens so ein bisschen in meine Richtung zeigt, also dass es näher an meinem Mund ist, sozusagen. Also sieht schon recht funny aus, Alter, wenn ich den jetzt so anguck, hier die Flasche so mit Headset auf. Ey Bruder, wie geht's dir, Mann? Zockst du mit, oder? Ei, olum, olum, ei, was soll man zocken? Was sagst du, Bruder? Was? Bodenangriff, bist du des Wahnsinns? Ja, okay, Alter, du bist der Chef. Du bist der Chef. Bodenangriff hier, zufrieden? Wenn ne scheiß Map kommt, du bist schuld, Alter, scheiß Wasserflasche, Mann. Ich boxe dich um, okay? Alter, nicht die Map, Alter, nicht die Modi, oder? Das wollt ihr mir jetzt aber hier nicht geben, oder? Ne, ne. Wollen wir mal rausgehen, Wasserflasche, was sagst du? Ja, okay, ein Mann frei. Ein Mann frei, Mann. Na, jetzt komm, Alter, jetzt scheiß doch mal auf, die scheiß Redownloads, Mann. Die gehen mir vorhin schon auf den Sack, ey. Wenn ich die haben will, lad ich sie mir runter, Mann, da brauchst du nicht zehnmal fragen. Willst du Termine downloaden? Ich bin die Hurensohn. Selbe Lobby, jawoll. Saugeil, Alter, du bist schuld. Ey, jetzt nicht mehr erinnern, Alter, jetzt reicht's aber. Also jetzt sagen wir mal nix zu dem Namen. Da sagen wir mal einfach gar nix zu. Such bitte schneller. Ah, halleluja. Haben wir es geschafft, danke dafür. Oh, man, ey, mir platzgleich ein Ei. So, was zackt man denn? Jawoll, Team wieder am verlieren, Alter, wie hätt's anders sein können? Na, 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 na. Geht mal weg, ey, der Boss kommt. Schießen's drei Leute drauf und der stirbt nicht. Warum wohl, wenn man nicht treffen kann? Mann, Gott, Mann, 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 Mann. Lernt alle mal aimen. Glückwunsch mit Radar blockieren. Was macht der denn, ey? Der macht da irgendwie einen Moonwork rückwärts und so aus dem Haus raus. Komm, der Double, der Double. Oh, der Tribble, Alter, da war wieder einer mit Blind Eye am Start. Scheiße, was, Bruder? Oh, war das ein Gegner? Nein, war kein Gegner. Gegner, Armut. Ey, jetzt da kämpfen halt schon zwei Stück drin. Ey, ja, okay, dann geh ich halt wieder. Ja, ich geh doch schon, Mann. Boah, Alter, was geht mit dir, Ollum? Heilige Scheiße, auf einmal war er da. Was? Du bist kein Hero, auch wenn es in deinem scheiß Clan-Text steht. Alter, ich boxe dir auf die Nase, dann bist du ein Held, wenn du es überlebst, du Lappen. Seine Mutter nutzt Schwänze in der Hölle. Für 2,50 auch euren. Das sind die geilsten Sniper, schön am Headglitschen. Komm, Heiden, kill doch mal was. Ich weiß, dass du es kannst. Nein! Mann, jetzt kommt es, schauen wir uns an. Jawohl, jawohl, komm, jetzt gib ihm, Alter. Boah, hast du schön gemacht, Alter. Jetzt kannst du bei deiner fetten Mutter dir einen Lolli abholen. Mein Uhrensohn! Mann, nehmt doch mal eine zweite Flagge ein, Mann. Was isch mit euch, ey? Was isch mit euch? Oh, Mann, der eine schrotet den anderen da wieder um. Alter, es geht mit dir. Ey, Sniper, ich find das nicht korrekt. Oh, es spielen mal gar nicht so viele Assassin. Da müsste man ja schon fast, ja, jubeln müsste man da fast. Komm schon, komm, da geht was. Hä? Äh, da waren noch zwei. Ach so, der andere war glaub unten. Alter, was stirbst du? Habe ich dir das erlaubt? Warum stirbt der nicht? Habe ich ihm das erlaubt? Oh, oh, da ist irgendwo... Ey, nein! Nicht schon wieder der. Ich hab jetzt... Ja, okay, ich hab 18-3, da sag ich mal jetzt nichts zu. Aber ich dachte, wenn ich jetzt zwei Tode hab und beide vom selben... Es gibt nichts Schlimmeres, als immer wieder, immer wieder vom selben zu sterben. Ey, da flippe ich nämlich richtig aus. Also nicht hier so ein bisschen ausflippen, sondern so richtig, richtig ausflippen. Wisst ihr, wie ich mein? Ja, ihr wisst, was ich mein. So, jetzt geht mal alle weg hier. Da war doch der Sniper unten reingelaufen. Wo ist er denn hin? Ja, genau der. Jetzt haben die alle Ding. Flaggen. Also, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, warum man Herrschaft spielt, wenn man dann keine Flaggen erobert, ey. Ich bin ja auch nicht so der Flaggengeier. Das gebe ich ja ganz offen und ehrlich zu. Aber die ein oder andere Flagge nehme ich doch auch ein. Endlich mal wieder ein Stealth-Bomba. Oh, Punkte, Alter. Immer schön EP auf die Augenbrauen. Wir verlieren Alpha. Mann, 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 Alter. Bitte, lieber Gott, gib mir ein Team, wo Flaggen geiert. Wie lange will der Bruder da hinten eigentlich noch AFK sein? Da! Was soll so eine Scheiße, Mann? Oh mein Gott, Alter, zockt Teig mit Attentäter, Mann. Den müsste man öffentlich hinrichten, müsste man den. Alter, was soll das? Ja, damit... Haha, du Lacken, Alter. Ich verstehe das nicht, Jungs. Erklärt mir das mal, bitte. Guckt mal, ich habe jetzt hier den billig Siebener-Heli im Himmel. Der killt die ganze Zeit Leute. Das juckt keine Sau. Den schießt keiner ab. Aber sobald man einen Pavlo am Staff... Ja, nein. Nicht... Mit ARCOG, wie sie auch noch. Laber, kein Scheiß! Was wollte ich sagen? Ja, genau, den Siebener-Heli, den Geier hat irgendwie fast keiner. Aber den Pavlo, Mann, den hauen sie sofort vom Himmel immer. Ich kann das echt nicht nachvollziehen, sowas. Was isch mit denen, meine Freunde? Das Game ist gleich vorbei. Nein, 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 mach keinen Scheiß, Alter. Alter! Jawoll, Panic! Wieder der One-Zone von vorhin, Mann! Hero! Deine Mutter ist ein Hero, wenn sie meinen Schwanz in den Mund nimmt, bist du den Eiern! Du One-Zone! Jawoll, leck noch schön, du rum, du Drecks-Game, Alter. Das leckt an meinem Nerven. Mann, Mann, Mann. Och Mann, Alter! Ich hab keinen Bock mehr, Mann! Ich bin mir gleich ein Strick, ey! Ohne Spaß, ey! Wir verlieren Alpha! Alter! Laber kein Scheiß, Mann! Bitte laber doch nicht! Ah, von mir haut er ab! Der Lachen! Weil er genau wusste, was ihm blüht! Feindliche Aufklärung so ohne gerichtet! Alle Positionen ab! Alter, der eine ist ja echt dauerhaft, Kader, Lachen! Wir haben gleich verloren! Nicht weglaufen, Bruder! Ja, wirklich großartig! Geil! Mann! Da hat meine Vierer-Quote, ey! Habt ihr nochmal Glück gehabt! Muss ich nicht ganz so doll rumschreien, ey! Ja, Hauptsache, dass C4 wird ihm abgeworfen! Das ist irgendwie auch... Ich weiß nicht, was zur Zeit los ist! Jeder Lappenrett mit C4 rum, Mann! Können sich mal ihr C4 in den Keller schmeißen und ihr ganzes kleines verdrecktes, minderwertiges Huan-Zone-Haus wegspringen, Alter! Dann sind sie glücklich, Mann! So, Alter! Gut, meine Freunde! Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und fürs Einschalten und, ja! Lasst ein bisschen schwingen, hebt mir nicht ab und haut ein bisschen auf den Tisch, bis das Holz splittert! Bis zum nächsten Mal, meine Freunde!